20 Minuten, der neue Part begegnet. Hallo? Hm? Achso. Ach, leck mich. Ja, du bist gar nicht mehr da. Doch. Oh, nicht mehr geantwortet das. Mann, was mach ich da? Warum spring ich denn schon? Ich dreh mich und in dem Moment spring ich. Komm gut, Centus. Da wird die übermüde. Komm, ja. Mach kurz Fenster auf. Damit immer der Centus-Smog rauskommt. Centus ist ein Smog-Mog. Ach. Ach. Geht ja gar nicht. Ein Fenster ist ja auf. Also, stell ich mit anderen Lava mal nicht. Ein Fenster ist auf. Nein, nicht den Matschkäfer! Nein! Scheiße! Oh Mann! Mit Didi ist das... Auch nicht mehr super bei dir, ne? Doch, aber ich verkack das immer. Und dann außerdem habe ich bei mir eben noch einen zweiten Fenster aufgemacht. Dass das ordentlich durchzieht. Oh Mann! Tod! Stirb! Wolltest du sterben? Das passiert gleich! Stirb! Halt die Presse! Stirb! Rutsch runter! Stirb! Tschüss! Stirb! Wolltest du das Fass an den Kopf kriegen müssen! Extra! Ja, ja. Du mich auch! Rutsch ab! Flieg runter! Halt's Maul! Flieg daneben! Dreh das Fass! Dreh's rund! Stirb! Ach, flash! Halt's Maul! Verlih das Nassau'n! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Springen neben das Fass! Ha, ha, ha! Ha, ha! Mein! Ich mach das schon wieder! Mhm! Da war auch immer meine Schwierigkeit! Warum drück ich dann zu früh? Hey! Da oder vor dem... Ich weiß nicht! Noch mal einen kleinen Moment länger warten muss und dann drücken, aber... Was machst du ja nicht? So ein kontinuierlich halt... Richtiger Moment drücke wie ich. Ja. Der meint genau das ist der richtige Moment. Ja. Und dann passiert alles. Leck mich! Jetzt hängt er sich wieder nicht dran doch. Ha, 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 la, 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 la... Hoi! 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 Oh, nicht dieser Arschkäfer altertet! Gib mir auf den Sack! Ja? Auf welchen Sack? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! He, he, he! Vor allem, wie wir uns wieder schön gegenseitig ablenken, ne? Nein! Das tust du nicht bei mir! Nein! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Warum nicht gleich so? Frag mich nicht. Ja. Ich hab auch keine Ahnung. Oh, braun aus. Mhm. Jetzt gibt's ja in Musik alle Feinde. Ja. Gibt's irgendwelche? Ja. Ja. Ja, la, 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 la. Boah! Boah! Ich hab noch eine Kugel für den scheiß Fisch. Noch ein paar? Okay, das ist ja gar nicht, ne? Oh, das ist ja gar nicht, ne? Oh, das ist ja gar nicht, ne? Oh, das ist ja gar nicht, ne? Quatsch. Doch. Nein! Ehrlich? Ehrlich? ich bin so gut nein ich bin so supergut nein bist du gar nicht doch oh geil ich kann saven darf ich saven nein warte warte stopp 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 nicht extra safe ne warte ne falscher pick ich pick das mal auf 4 und 5 ach ja du hast ja noch genug leben vielleicht noch zwei jahre kummer stell dich bitte nicht an schützt halt gegen over halt die fresse ja hat das kacke gemacht vielleicht machst du kacke wieder nach unten ich hab nicht vorbeigeworfen nein hab nicht vorbeigeworfen nein das schlimme ist es sind ja nur zwei umdrehungen machen kannst ja ich kann er jetzt nicht kann ich jetzt laden jetzt kommt und noch was action auch kaum zentos was denn nein nein warte da da ne da da musst du grad selber lenken oder macht dir das nein das macht er automatisch mal wie behindert nein das ist ganz geil service allgemein folgt auch die melodie was ist behindert was ist behindert ja ja wo lang ja aha man 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 ist voll so ein irrgarten da drin ne stimme ist auswendig was meinst du das einzige stelle wo man rumgletschen kann ok weil der es nicht checkt das hat die dornen sind peter jetzt wird es gemein hecker die scheiß feil dinge rumzuschießen na komm wir zurück ach ja ist hier schon rein ich glaube ja ja aha mhm was gab es denn jetzt gerade Münze finden was war es auf so ein level du wachtest auch nie drauf was da steht da kommen wir nicht weiter ja weil jetzt kann man wieder ganz na komm das hast du nicht auch mann ich dachte geht um ein weiter ja war es wohl tschüss ich glaube da war es nämlich schon neben egal keine ahnung wo es lang geht ja ja nein lalala 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 nächste die fässer reagieren tausend mal besser ja wohl cool leh ja bumm dadada dadada hatte ich eigentlich schon saven ja ja da hat es ja aber damit würde ich sagen dass wir zunächst mal bei Dankecon Country 2 D.D's Conquest mit dem Flash mit Centuss Tschüss.